Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Party mit dem Minispiel Schlau Schütteln. Da müssen wir die Kisten schütteln und umso mehr es vibriert, umso mehr ist in der Kiste drin und umso mehr Punkte sammeln wir. Also auch reines Glücksspiel. Ne, das nimmt auch was dann. Oh, die fühlt sich gut an. Oh, die fühlt sich nicht so gut an. Und die fühlt sich eigentlich ganz gut an. Oh, die fühlt sich auch gut an. Ne, das ist nix. Auch nix. Ne, die wollte ich nehmen. Oh ja, meine. Nehmen wir meine, nehmen wir meine. Uh, sieht auch ganz gut aus. Nice. Gewonnen. Fertig? Yeah. Nice, nice. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Minispiel. Aber sie drei, zöоду sind schein. Schülsand's denn schon gut getan. Und da ich sie sehr, ich liebe sie noch. Dürfe Villersen. Und da ist, dass lie beginners und dotted ein sich jetzt.